Hallo und herzlich willkommen zum 33. Schritt. Wir müssen dem Computer jetzt noch sagen, was er mit der Ticketnummer, mit der er arbeitet, tun soll im Falle, dass ein vergebener Take Profit oder Stop Loss erreicht wird, weil wenn der Short Order Parameter zum Beispiel noch auf 1.325.000 und so weiter steht, also auf einer Ticketnummer und dann jetzt beispielsweise ein neues Long Signal kommt oder ein neues Short Signal kommt, dann würde er hier, also Short Signal True, würde hier reinlaufen und um die neue Short Order zu eröffnen, muss er warten, bis die Short Order, bis der Short Order Parameter gleich oder unter 0 ist und das müssen wir ihm also noch sagen, wann er das zu tun hat. So und dazu programmieren wir jetzt einfach einen Absatz, in dem wir, den benennen wir mit Ticketnummern nach Closing auf 0 zurücksetzen. So und das geht so wie, also wir selektieren, also wir selektieren, if Order Select, jetzt fangen wir mal mit der Long Order an, wenn die Long Order, also der selektiert erstmal die Ticketnummer, wenn das noch gleich True ist, also er eine Order Nummer findet und jetzt schauen wir, dass, also wenn diese Order Ticket größer 0 ist, also wenn er eine vergeben hat und dann gleichzeitig die Order Close Time, hier die Order Close Time größer 0 ist. Das heißt, es ist geschlossen die Order, aber es ist, es ist noch im System eine Ordernummer, also im RA wird noch mit einer Ordernummer gearbeitet, dann soll er einfach das tun und Long Order, also diesen Parameter auf 0 stellen. Okay? So, ähm, na, kommen wir hier zurück. Und das gleiche machen wir auch für die Short Order. Ganz einfach, das kopieren wir und ersetzen hier Short Order, also er selektiert die Ticketnummer, schaut, ist sie größer 0, also ist dieser Wert größer 0 und ist die Order Close Time größer 0, also ist eine Order Close Time schon vergeben. Wenn ja, ähm, dann ist die Order geschlossen und dann soll er den Parameter einfach auf 0 zurücksetzen, damit er nachher wieder in neue Deals reinlaufen kann. Jo, das war's. Ähm, und, äh, genau, in den nächsten Schritten zeige ich dann nur noch, wie, wie wir das Ganze dann live schalten und, ähm, und kompilieren zuerst, und, äh, genau, und, äh, jo. Und im nächsten Schritt zeige ich dann nur noch, wie wir das Ganze kompilieren und dann live schalten und testen vor allem, na, damit wir auch sehen, dass das so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.